Dass auch Gauner mit der Zeit gehen und nicht mehr ganz so oft mit Dynamit-Tresore aufsprengen, sondern einen Laptop nutzen, um ans Geld zu kommen, das hat sich inzwischen rumgesprochen. Doch hat das dazu geführt, dass beispielsweise sogenannte kritische Infrastruktur vor Hackerangriffen optimal geschützt wird? Also zum Beispiel die Netze von Stromanbietern oder Wasserwerken? Was Niklas Maurer und Antonia Leetz dazu herausgefunden haben, ist beunruhigend. Und hat diesen Herrn hier ziemlich verärgert. Das kann nicht wahr sein, so ein großes Unternehmen kriegt 8 Wochen nicht mit, dass sie gehackt wurden. Und dann habe ich mich richtig geärgert. Genau wie Klaus Vogelsang ärgern sich auch sein Nachbar und viele Menschen in ganz Ludwigshafen. Im Brief des städtischen Energieversorgers steht es schwarz auf weiß. Computerhacker haben ihre Daten geklaut. Insgesamt sind 150.000 Kunden betroffen, Namen, Adressen und Kontoverbindungen. Das Unternehmen sollte so erpresst werden. Um Druck aufzubauen, haben die Kriminellen manche Opfer sogar angeschrieben. Es ist ein leicht beunruhigendes Gefühl. Man guckt immer wieder, also öfters auf sein Bankkonto nach, guckt, wurde was abgebucht. Man guckt seine E-Mails nach mit Spam-Mails. Man kennt es ja. Dabei geht Klaus Vogelsang extrem vorsichtig mit seinen Daten um. Momentan auch, weil das BSE das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vor Hackerangriffen warnt. Gerade während der Corona-Pandemie geholfen hat es ihm nicht. Laut dem Unternehmen forderten die Hacker einen zweistelligen Millionenbetrag. Doch weil laut dem Betreiber nicht gezahlt wurde, stellten die Hacker alle Daten in sogenannte Darknet. Ein anonymer Teil des Internets, der auch von Kriminellen genutzt wird. Zum Beispiel für Identitätsdiebstahl. Wir fragten beim Geschäftsführer des Unternehmens nach, wurde an der falschen Stelle gespart? Ich persönlich bin zum Beispiel auch betroffen mit meinen Daten als Kunde. Ich kann verstehen, dass die Kunden verärgert und auch verunsichert sind, dass die Daten im Darknet zu finden sind. Aber wir haben unsere Daten und unser System so geschützt, wie es im Durchschnitt ein Unternehmen in Deutschland tut. Durchschnittlich geschützt und damit anscheinend leichte Beute. Jedes Jahr werden zahlreiche Unternehmen gehackt. Letztes Jahr legten Kriminelle in Rheinland-Pfalz mehrere Krankenhäuser lahm. Aber auch Gerichte und Wasserwerke stehen im Fokus. Und sogar der Bundestag wurde schon gehackt. Eine aktuelle Analyse einer führenden IT-Sicherheitsfirma in Deutschland hat ergeben, dass die Hacker sich vermehrt auf sogenannte kritische Infrastruktur fokussieren. Also Wasserwerke, Krankenhäuser und ganz oben Stromanbieter. Dahinter stecken oft kriminelle Banden, sagt der Geschäftsführer. Wie wir wissen, wird auch in den Unternehmen an Sicherheit relativ schnell gespart, was an sich sehr schade ist. Viele Unternehmen, die wachen erst wirklich auf, wenn es einmal richtig gekracht hat. Also ich würde sagen, dass jeder Energielieferant mehrere Angriffe auch täglich bekommt. Die Frage ist halt immer, welche sind nachher erfolgreich und wo schafft es der Angreifer nachher auch, die Systeme zu infiltrieren. Das geht anscheinend einfacher als gedacht. Das haben Sebastian Neff und Tim Schäfers herausgefunden. Die IT-Spezialisten haben es sich zur Aufgabe gemacht, Sicherheitslücken bei Wasserwerken und Stromversorgern zu finden. Aber anstatt sie auszunutzen, melden sie die Gefahr. Erst kürzlich haben sie ein Wasserwerk im Raum Heilbronn gehackt. Es ist natürlich dann sehr erschreckend, wenn man merkt, dass eine grundlegende Sache wie beispielsweise die Wasserversorgung so einfach anzugreifen ist. Also dass es da möglich ist, über das Internet teilweise Direktzugriff auf Pumpanlagen zu erhalten und ähnliches, das hätten wir vorher tatsächlich auch nicht gedacht in dem Zusammenhang. Im schlimmsten Fall lässt sich für ganze Regionen der Stecker ziehen. Wie kann das sein? Eigentlich gibt es Regeln, die festlegen, ab wann Unternehmen beispielsweise Stromversorger als kritische Infrastruktur gelten und besondere IT-Schutzmechanismen vorweisen müssen. Wir recherchieren und analysieren die Geschäftsberüchte der kommunalen Energieversorger der 100 größten Städte in Deutschland. Unser Ergebnis ist ernüchternd. 90 Prozent der untersuchten Stromanbieter gehören nicht zur kritischen Infrastruktur und müssen keine erhöhten IT-Sicherheitsstandards erfüllen. Fazit. Die Vorschriften gelten also nur für sehr große Unternehmen. Das kritisiert der grüne Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz. Wenn Sie sagen würden, der TÜV für das Auto, das auf der Straße fahren darf, gilt erst ab Leuten, die vier Autos besitzen, dann fällt eben ein Großteil der Leute raus. Und die Autos haben dann eben nicht die Verkehrssicherheit, die sie brauchen. Man muss Standards schaffen, die für alle gelten. Und wenn das zu finanziellen Herausforderungen führt, dann muss man da unterstützen und helfen, dass das bewältigt werden kann. Aber so wie es im Augenblick ist, ist es ungenügend. Ein neues Gesetz könnte das theoretisch ändern. Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Der Entwurf wurde vom Bundesinnenministerium vor kurzem veröffentlicht. Der Rechtswissenschaftler Dennis Kenshi-Kipka hat sich das Papier ganz genau angeschaut. Die Defizite bei kleineren Unternehmen werden laut dem Wissenschaftler nicht angerührt. Stattdessen will das Ministerium das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI zu einer IT-Superbehörde mit besonderen Rechten ausbauen. Damit entstünden neue Probleme. Man kann natürlich einerseits sagen, wir brauchen mehr IT-Sicherheit. Das heißt, wir brauchen eine Behörde, die auch leistungsstark ist. Andererseits ist diese Behörde nicht unabhängig. Das heißt, die Behörde ist dem Innenministerium untergeordnet. Und das Innenministerium übt auch die Aufsicht für solche Behörden aus, die eben Eingriffe in die IT-Sicherheit durchführen. Also zum Beispiel Polizeibehörden oder auch Nachrichtendienstbehörden. Ein Interessenskonflikt findet Konstantin von Notz. Eine ganz konkrete Maßnahme, die wir seit langem fordern, ist, dass das BSI unabhängig gestellt wird. Ähnlich wie man das beim Bundesdatenschutzbeauftragten gemacht hat. Der Konflikt ist lange, lange bekannt und die Bundesregierung hat nichts getan, ihn aufzulösen. Wir konfrontieren das Bundesinnenministerium mit der Kritik und erhalten keine Antwort. Unser Fazit, statt alte Lücken zu schließen, werden neue Baustellen geschaffen. Die Gefahr bleibt bestehen. Viele Strom- und Wasserversorger bleiben wohl schlecht geschützt vor Hackerangriffen. Zum Thema auch ein Gespräch im Netz mit unserem Autor. Unter anderem zur Frage, ob man selbst was tun kann, um nicht in die Falle von Hackern zu geraten.